Smarta und ihre magische Tasche Hallo, ich bin Smarta. Das ist mein Roller. Und das ist meine magische Tasche. Das ist Spotty's Lieblingssnack. Spotty, komm her! Wo bist du, Spotty? Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst laut rufen. Spotty, komm her! Spotty, komm her! Genau so. Aber jetzt müsst ihr noch lauter rufen. Spotty, komm her! Spotty, komm her! Hallo, Spotty! Schau mal, was ich hier habe. Hier, ich habe einen Knochen für dich. Einen Knochen? Ich bin gespannt. Wo fühlt mich Spotty hin? Oh, wer weint denn da? Hört ihr das auch? Das ist ein Küken. Hm. Warum ist das kleine Küken denn so traurig? Suchst du deine Mama? Wir suchen sie gemeinsam. Wisst ihr, wer die Mama des kleinen Kükens ist? Ein Pfau? Eine Älster? Oder eine Henne? Die Henne? Richtig! Die Henne! Jetzt müssen wir das kleine Küken zum Hühnerstall bringen. Ich bin Navigator, hey, bin ich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, welche Richtung es geht. Hey Navigator, wo ist der Hühnerstall? Hm. Geh durch das Tor. Überhöre beim Traktor die Straße. Dann kommst du zum Hühnerstall. Dankeschön, hey. Erinnerst du dich an den Weg? Tor, Traktor, Hühnerstall. Tor, Traktor, Hühnerstall. Spotty, Küken. Es ist Zeit für ein neues Abenteuer. Tor, Traktor, Traktor. Tor, Traktor, Traktor. elt B. Tor, Traktor. Tor, Traktor. Hat. Richtig, Spotty. Da vorne ist das Tor. Schau mal. Da steht, dass das ein englisches Tor ist. Damit es aufgeht, müssen wir das englische Wort für öffnen sagen. Was brauchen wir, um ein englisches Wort zu lernen? Ja, genau. Ein Wörterbuch. Übersetzen bin ich gut. Ich bin Missetorki, das vierte Buch. Sag mir, welches Wort du suchst. Torki, kannst du uns bitte sagen, wie das Wort öffnen auf Englisch heißt? Öffnen heißt auf Englisch open. Habt ihr gehört? Ihr müsst laut sagen open. Open. Lauter, das Tor hat es nicht gehört. Open. Hurra. Ihr habt es geschafft. Danke für deine Hilfe. Küken, wir werden deine Mama sicher bald finden. Wisst ihr noch, wo wir als nächstes hin müssen? Was hat Navigator Hey gesagt? Tor. Traktor. Hühnerstall. Richtig. Jetzt müssen wir den Traktor suchen. Schaut mal, wir müssen in den Anhänger des Traktors neun Karotten laden. Könnt ihr schon bis neun zählen? Dann lasst uns gemeinsam zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut gemacht. Spotty. Und jetzt lasst uns die Karotten zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut gemacht. Gut gemacht. Spotty, Küken, lasst uns weitergehen. Da ist der Hühnerstall. Lasst uns an die Türe klopfen. Klopft auch mit an. Klopft auch mit an. Hurra, wir haben dem Küken geholfen, seine Mama zu finden. Tschüss.